Konnichiwa Yo Leute Adrienato Anime wiederher Heute ist es für Heroes in Generals Und viele werden es wohl mitbekommen haben Ich habe in letzter Zeit nicht gerade sehr viele Videos geplant Und das tut mir auch sehr leid Ist alles so wie in der Schule Als ein bisschen schwierig Ja, so viel halt auf jeden Fall dafür So, ähm Heute mal ein anderes Video Heute eher ein anderes Video als In den letzten Monaten Und, ja Wollte halt mal mal was anderes machen Anscheinend war das ist das letzte Video nicht so gut angekommen Und deshalb Habe ich mir mal gedacht Ein anderes Spiel Mal mal Also probieren Oh, Moment Oh Okay, anscheinend Äh Anscheinend hier keine Gegner Anscheinend ist so Anscheinend keine Gegner Oh Oh, was ist das? Ein M1 Granit Oh Ja Oh Ne, das war Ach, Gott Aaaaah Das ist diese ganz tolle Ganz gute Oh Ganz gute Das ist richtig gut Die nehmen wir Die nehmen wir Die nehmen wir Die nehmen wir Die 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 so schon sagen so dass das wirklich so gut ist hätte ich jetzt eigentlich gar nicht gedacht ok man kann sich wirklich schon die manche Dinge auch mal ertäuschen wo geht es nun hin Freundchen das das darfste aber überhaupt nicht ich werde schon wieder angeschossen von irgendjemandem was ist das eigentlich ach das FG da ist ein Panzer verdammt verdammt sogar zwei ich muss hier weg da ist ein Panzer vorne ist ein Panzer da ich habe gerade jemand verletzt Moment ich könnte nicht ich habe ihn so schön so wird es gemacht da ist er da ist er jawohl oh jetzt war richtig mal was ist ja ist er getroffen worden ja der ist so 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 das war ja perfekt eingeparkt das war und so Tja die Die Granaten, die regeln einfach alles an. Das ist wirklich noch welche. Da sind die. So. Mann. Das ist im Bauch. Und da ist... So. Habe ich noch das gerade erschreckt. Meine sind nicht. Die müssen mich aber auch immer so erschrecken. Was liegt denn hier? Wo ist die Nova? Oder was ist die Lebert? Der heißt hier anders. Ich weiß eigentlich gar nicht. Das ist ja gut. Ich weiß wirklich. 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 So. Es sieht soweit. Alles ganz gut aus. Kommt doch irgendwas. Kommt doch irgendwas. Ganz schnell. Was sind die eigentlich immer hier? So. Kommt ja. Oh. Das ist ich. Und da ist er schon wieder. Der ist extra. Nacht. Ja. Da hat es auch eine Krabbe. Na? War nicht so so schlaue Idee. Die nochmal auszuleben. Oh. Wie kann die denn beide wegmachen? Das ist... Ich... Ich darf eine Granate. Wlocken Sie... Wacken Sie. Was ist das? Als ob er so ein bisschen mehr so viel Leben hatte. Auf der Heide blüht ein kleines Blügelein. Und das heißt... Was war der andere jetzt? Was war der andere? Es war an diesem Moment, dass er wusste. Er f***ed ab. Sorry. Sorry. Das wollte ich nicht. Sorry. Ähm... Ist das schon heiß? Hey! So und ich glaube ich verabschiede mich jetzt hier auf 4 vom Video. Das wird... Wir haben... Ist schon sehr spät und... Da mache ich auch jetzt mal Schluss und... Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet und... Natürlich das Video teilen und... Vielleicht auch einen Daumen nach oben da lassen und... Auch noch vielleicht ein Abo da lassen und... Auf jeden Fall... Wir sehen uns beim nächsten Mal und... Tschau! Connü sugar. Bis zum nächsten Mal.